Alexander Technik aus München mit Andreas Derschall Mit der Alexander Technik lernen Sie das, was Sie jeden Tag tun, mit mehr Leichtigkeit, Beweglichkeit und Flexibilität zu tun. Zum Beispiel die Arbeit am Computer oder so scheinbar einfache Dinge wie Hinsetzen und Aufstehen anders und vielleicht besser zu machen. Als professioneller Rundfunksprecher beim Bayerischen Rundfunk zeige ich Ihnen, wie Sie zu einer guten und tragfähigen Stimme kommen. Oder wie man manuelle Tätigkeiten unverkrampft ausführt. Mitunter trainieren wir die neue Koordination auch im Liegen, um Körper und Geist zu integrieren. Aufrichtung ist von Natur aus mühelos, wenn wir das freie Zusammenspiel von Kopf, Hals und Rumpf wiederherstellen und die Arbeit von der Wirbelsäule und den Knochen der Beine erledigen lassen. Probieren Sie es aus. Erlernen Sie die Alexander Technik. Alexander Technik aus München mit Andreas Derschall www.alexandertechnik-andreas-derschall.de www.alexandertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-andertechnik-anderte